Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einer Runde der Ender Games und heute wieder mit dem KidSonic, weil dieser liebe, nette Server mich keine anderen Kids auswählen lassen. Ich konnte einfach nichts anderes auswählen, weil die Küche einfach nicht aufgegangen ist. Und jetzt kommt wieder bestimmt so ein Fail. Oh, eine Enderperle. Ja, wir haben gleich zwei Enderperlen, ist ja relativ scheißegal. Wir spielen auf der Map Desert. Also das heißt, keine Bäume. Aber wir sind KidSonic, wir können gut abhauen und Bäume suchen. Oh, vier Dias. Niceer Scheiß. Die Küche holen wir auch noch. Drei Eisen. Eine Pyramide. Okay, eine Pyramide. Ich brauche aber Holz. Holz wäre schön. Okay, Pyramide kann man nicht gehen. Ähm, Enderperle flieg mal. Natürlich ist Ende. Nein, keine Bäume. Wir haben so Assi-Kid, Alter. Baum. Wo wir nicht dran können. Ich will ja nichts sagen, aber wir sind da am Arsch. Ich wusste das. Irgendwie. Wenn ich in den Desert reingehe, finde ich immer Bäume. Aber jetzt nehme ich natürlich auf. Das ist das Problem. Verpiss dich. Hier macht mir nix gut. Ist das Big Block, glaub? Ja. Opferblock. So, ich hoffe, wir finden Bäume. Alter, wie weit ich schauen kann. Bug. Ich brauche Bäume. Baum. Wenn jetzt da die Grenze ist. Baum. Baum. Erstmal Holz mitnehmen. Ey, Alter. Junge. Alter. Da könnte man ausraschen, ohne Scheiß. So, ein bisschen Holz mal mitnehmen hier. Werkbank und Sticks. Dann ein schönes Diaschwert. Und Werkbank. Na toll. Werkbank bauen. Werkbank setzen. Eisenbrust bauen. Die wegwerfen. Abbauen. Und wenn sie aus dem Scheißloch hier rausfinden. Koppel. Kieskoppel. Lass eine Falle bauen. Wenn man schon Koppelstone hat. So. Hm. Am besten noch einen Ofen bauen. Eisen fahren. Die wollte ich auch schön. Nehmen wir gleich mal mit hier. So. Jetzt gehen wir auf Leutejagd. Echt? Sag nicht, die machen hier Team. Scheiß Krake hier. Danke sehr für diese tolle Hose. Willst du sterben? Okay, ich glaube, der ist ziemlich stark. What the fuck? Wir sollten hier ganz schnell weggehen. Da schau auch einer. Gut, warte mal. Jetzt haben wir Speed. Jetzt kill ich den Alter. Der wird Problem sonst. Ja, ja, jetzt flüchten. Ja. What the fuck? Ähm. Ich brauche Essen. Essen, 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 Essen. Essen. Essen, da. Essen. Gutes Essen. So. 159 Blöcke. Was machen denn die? Das brauche ich nicht. Essen unten. Werkbank. Brauche ich nicht, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Kann weggeportet werden. Kann weggeportet werden. Eins nehme ich mit. Den Helm ziehen wir auf. So, jetzt können wir Attacke machen. Wie viel Leben noch? Äh, nur noch so wenig. Geht doch wieder so schnell. Ja gut, ich stelle es halt. Ungeheuer wird unser größtes Problem. Mhm. Komm, Alter, komm. So, komm. Jetzt wieder weg, Porten hier. Was? So, ein. Scheiß Ungeheuer. Also, ne, ich mach mich mal Full Dia, um den zu besiegen. Weil sonst wird das nix. Sonst wird das nix. Ich wette, der macht jetzt wieder so hart auf Pussy und geht die ganze Zeit ins Wasser. Wir haben fünf Dias. Wir haben fünf Dias. Ich hätte gerne mehr. Einer. Sechs Dias. Komm, noch mehr. Ich will Dia push. Ja, ich will Dia push. Jawohl. Craften tue ich jetzt noch nicht. Noch mehr Dias. Und. Nix drin. Packen mich nicht. Sprinter. Nächste Kiste. Auch nur Scheiße. Nachher gehen wir noch verzaubern. Am besten alles auf Schutz eins. Und dann passt das Ganze. Aber ich will Dias. Der hat wirklich einen Bowfight gegen den gemacht. Natürlich könnte ich den killen. Moment mal. Nee, ist das nicht. Gut. Gut, der hat verkackt. Back nicht. Back nicht rum, Junge. Denkst du jetzt, ich bin low, hä? Alter Kaktus. Echt jetzt? Der war ungeheuer. Was ist da passiert? Ja gut, hab ich gesagt, dass wir verschießen haben? Fast wäre er tot gewesen. Wer hat mich jetzt gekillt von denen? Ey, so ein kleiner Drecksabstauber. Naja. Ungeheuer mal wieder. Aber ich würde sagen, das war es dann für die heutige Folge. Ende Games. Wir sehen uns morgen wieder in einer weiteren Folge. Also bis morgen. Ciao. Ciao.